Miloš Švejković, Marko Friede, Örma Toprak und Mitsche Weiser könnten im nächsten Spiel spielen. Das und weiteres nach dem Intro. Mitsche Weiser. Im Mannschaftstraining dabei sein und da wird halt geschaut, wie sie das verkraften, ob sie das verkraften, so gesagt. Falls nicht, werden sie nicht spielen, falls ja, werden sie wahrscheinlich eine Halbzeit oder auf der Bank sitzen oder muss man halt Ole Werner mal gucken, wie er das machen will. Ich denke aber tatsächlich, dass sie nicht direkt die ganze Halbzeit reinkommen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass sie vielleicht im nächsten Spiel, wenn sie das gut verkraften, im Kader stehen könnten, aber vielleicht nicht reinkommen. Weil vielleicht, sie waren ja erst gerade verletzt, deswegen noch ein bisschen gucken. Deswegen würde ich davon eher noch nicht ausgehen, dass sie im nächsten Spiel schon wieder spielen. Falls ja, dann habe ich halt ins, wie sagt man, halt nicht, habe ich daneben gegriffen. Aber ich denke es halt, dass sie im nächsten Spiel nicht spielen werden. Falls ja, freue ich mich natürlich auch. Ja, das war ansonsten das Thema jetzt und dann würde ich mal sagen, Leute, lasst doch gerne ein Like da und ein Abo. 77% von euch haben noch nicht abonniert. Ich würde mich freuen, wenn ihr abonnieren würdet. Dann bis bald. Tschüss. Amen.